Shotgun, damit kann man alles machen, oder? Ah, lass jetzt ein Team-Wipen gehen mit der Shotgun. Ein paar Platten noch. Respekt, hab ne Long-Range-Waffe. Gut, ich nehm mich aber gerne. Gebt bei euch auch immer wirklich ein... Also habt ihr auch immer Todesfreude, wenn ihr die LSW als Ground-Rude findet? Also wirklich Gigafreude. Ich liebe das. Die LSW ist so ne gute Waffe, ja. Die bockt viel zu sehr. Mein Favorit ist Schmetterling. Schmetterling ist nice, man. Leute, die nicht wissen, Deutsch, die immer so schmerzen, wie Schmetterling. Wie, es ist so aggressiv. Oh, Bruder, das geht's nicht. Warum seid ihr da zu zweit? Zu dritt drinnen. Jungs, wir spielen ja. Zu dritt, zu dritt. Ich wird gelootet, Gegner, ja? Weiß ich jetzt nicht. Ob das der Play war? Gloria hat mich. Wo ist der Tari? Mein Bottroklos. To be fair, das ist wie ich es benutze. Ja, das ist falsch. Mein Banger. Das ist besser. Das wäre ja. Ja, das wäre ich. Du bist genau. Okay. hey guys hey i'm so lonely i'm so lonely can i join your team i'm so lonely that's so rude you're just you're just laughing you're just laughing can i join your team please 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 gloria please gloria please i'm lonely i'm coming i'm coming please let me join i'm behind someone i'm on the roof now i'm on the roof hey what's up what's up what's up team what's up hey who's shooting me who's shooting thank you guys yeah i don't know my team just left me my team just left me no i really don't have a team i really don't have a team i don't have a team there's there's no people coming and and killing you you're fine okay do we do we want to push someone do we want to get some kills do you promise yeah i promise i promise i promise no worries i promise on my mama life yeah you you won't kill me right you won't kill me okay jaja das war ne hinrichtung time for vengeance you're redeploying gas is closing in relocating the safe zone no you're all gonna die that's what you get what do you mean that's what you get because you killed me i did not kill you i did not kill you good kill mark on the rest of that squad on your tag map go get hunted mark remaining operators from that squad hunt them down nice 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 shippa 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 bitte nicht töten mich, es ist mir nein, Gloria, ich vertufe dich ich vertufe dich, Gloria ich vertufe dich, und dein Team hat mich einfach ich weiß, aber es war mir nicht es war mir nicht ja, aber es ist dein Team, duißt du ich vertufe dich, aber ich nicht vertufe dich also ich muss dich töten, duißt du wie du... bitte nicht töten mich, wir haben eine Gespräche ich töten dich und dann haben wir Team White aber dann kamst du zurück ja, ich spiele solo also ich komme zurück, nachdem du mich töten ich war nicht Team Wiped, ich habe nur... ja, ja, ja du sprachst mir, du sagst, dass dein Team hat dich liebt aber du wählst zwei Solo Key also nicht mehr andere Leute jetzt hat sie mich jetzt hat sie mich jetzt hat sie mich verflutet, also jetzt jetzt hat sie mich aufs genommen ja, ja fair jetzt hat sie mich scheiße ja, das ist ein fairer Punkt ich habe nichts gelogen ja, es ist ein... es ist ein fairer Punkt gewesen ja, es ist ein fairer Punkt gewesen es ist ein fairer Punkt gewesen Bist du? We are returning you to the front. Earn this! Kill confirmed! Located the rest of... The door was there. This one is losing! This is inside! That's... Kill. Mark on the rest of that squad on your TAC map. Get hunting. You got gas in... Yeah, alright. Kill. Mark on the rest of that squad on your TAC map. Go get hunting. Das haben die davon, weißt? Das haben die davon. Das ist schon... Tschüss, Gloria. Naja. Es tut mir leid, also Gloria war korrekt. Gloria war giga korrekt zu mir. Und das tut mir... Das tut mir wirklich leid. Aber ihr teammate hat mich halt gekillt, weißt du? Da kann ich nichts machen. Da muss Revenge getankt werden. Da kann ich nichts machen. Da sind mir die Hände gebunden auch. Das versteht ihr, oder? Ihr teammate war neidisch, weil du gerisst hast. Ach du Kracher, was passiert jetzt? Win Rizzlord Coop, Alter. Man kennt ihn. You just know him, man. You just know him. You know what it is? expected's β Bringinf to the Dame. Everything I do, I do it big! This is what he needs Untertitelung des ZDF für die Beschreibung. Oh, T-Bag 9. Go Swati, willkommen. Das war nix nettes hier bei Anni, doch, das heißt, liebe Grüße an die Großeltern. 10 Kills, Digga. 10 Kills? 10 Kills? Naja. Oder chill mal, lass ein bisschen Kills für uns. Ich bin sowieso tot, ich sterbe. Bin... Hm. Waz? Waz? Wollt ihr das sagen, oder? So vom Ding her. Ja. Ja. 10 Kills? 10 Kills? 14 oxygen? 10 Kills? Four remaining. 10 Kills? Das ist ein Wettbewerb. Leute, du bist so verdammt verdammt. Bro, wie krass war die MCZ gerade? Warum ist sie so bodenlos gut?